Hi, ich bin der Kevin von Team Fights und wir präsentieren euch heute Codexpress das Spiel des Jahres 2015 und das ganze werde ich mit meinem Kollegen Nicole und Stefan spielen. Ich erkläre euch erstmal kurz die Regel und dann würde ich sagen, spielen wir einfach mal los. Bei Codexpress übernehmen wir die Rolle eines Banditen im wilden Besten. Hierbei überfallen wir einen Zug und versuchen so viel Geld zu sammeln wie möglich, dabei mehr als unsere Mitspieler. Hierbei können wir uns durch diesen Zug bewegen, von Waggon zu Waggon. Wir können aber auch auf den Zug hochsteigen. Wir können, wenn wir wollen, unsere Co-Banditen anschießen, können die aber auch schlagen. Aber aufgepasst, es gibt auch einen Sheriff. Wenn wir dem begegnen, heißt es flüchten. Es wird dann erstmal eine Rundenkarte aufgedeckt mit verschiedenen Zügen. Die Spieler spielen nach und nach eine Karte aus mit ihren Aktionen. Bei einem Tunnel wird eine Karte verdeckt gespielt. Die Besonderheit bei Codexpress ist, erst wenn alle Karten ausgespielt wurden, dürfen sich dann die Figuren bewegen und dann dürfen wir uns überlegen, wie wir unseren Zug durchführen. Dann würde ich sagen, schießen wir mal los. Ich fang an. Fang du einfach an. So. Ja, mach das. So. Aber du wirst schon wieder Beute raffen, das geht ja mal gar nicht. Weiß ich ja nicht. So, wisst ihr was? Ich mach das auch. So, dann bitte. Ich schlag mich erst mal eine Runde. Schlägst du mal an. Ich darf mir jetzt auch so, wenn ich ausschlag, mir lässt Geld fallen. Ja. Dann hau ich dich. Okay. Hättest du immer das höhere Fallen? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nein. Darfst du gar nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Nein. Nein. Der behauptet das nur. Das behauptest du nur. Komm, geh ich runter. Ich bin vor dir dran. Haha, ich bin vor dir dran. Ich bewege aber den Sheriff. Du darfst den Sheriff bewegen. Wo möchtest du den Sheriff hinbewegen, Kevin? Ich bewege ihn in die Lokomotive. Oh, überraschung. Hey. Schmeiß er erstmal raus. Und dann rennt er ganz schnell nach vorne. Was? Der Zug fährt. Der rennt schneller als der Zug. Der kann nach vorne rennen. Ja, guck. Der hat Superkräfte. Ja. Das ist der Sheriff. Hallo. Wenn die Karte am Zug ist, dann hebst du Beute auf. Und zwar dort, wo deine Figur gerade steht. Also wenn er um nichts liegt, dann hebe ich er um nichts auf. Nee, kannst du auch nicht. Ja. Du hast keinen Gummi an, um runter zu gehen. Warum nicht? Guck. Wiii. Aua. Oh, Opa. Hey, guck mich für die Karten. Ich hab's drauf gesehen. Wenn du mir die so hinhältst. Entschuldigung. Guck mal, was ich für Karten habe. Guck mal, meine Karten. Und du meinst die 750 Dollar, die ich habe? 1500. 1200. 1550. Ich geh, ich geh zu Treffen runter. Das funktioniert nicht so ganz wie gehofft. Hi, ich bin der Kevin vom Team Pikes und wir werden heute zusammen Call-Express spielen. Spiel des Jahres 2015 und da geht er gerade rein. Nein, die Güte!